die leute reise kommt eine neue runde so dick hier und wir sind jetzt im partnummer 2 und drücken auf spiel fortsetzen und da war ich stehen geblieben genau level 3 sind wir sogar schon und wir können ja noch spielen genau da war was wir können den skillen würde ich auch gerne gleich einfach mal ausprobieren oder sogar tipps mit kombos die man machen kann oder so ich bin da zu blöd dafür beteiligung und da jetzt einmal reinges gilt weil wir noch irgendwie zwei punkte oder ich bin ein bisschen blöd dass man die punkte nicht sieht wie viel man hat aber gut okay ich habe noch keine ahnung was sie bringen und ich wollte noch mal kurz zurück und gucken ob man nicht doch in das piratenhaus ran kann weil ein krieger da reingehen können ja klar man kann hier rum das ist aber so einfach nur ja weil das war irgendwas drin versteckt weil das wesig wenn hier ein schatz ist muss er unsichtbar sein da bräuchte man einen zauber um ihn zu finden das ist einfach heiß oder so das heißen dass wir uns das schatz jetzt auch diese dinge ich glaube die kann man irgendwie wenn man so zauberer dabei hat wie der typ schon sagte kann man die glaube ich finden weil ich weiß auf jeden fall das unten drunter irgendwas versteckt ich glaube da waren medaillons oder sowas würde dann nicht mehr so hundertprozentig sicher aber ich glaube wir müssen dafür erst jemanden rekrutieren was eigentlich mal drücken kann es dann umsehen und da steht dann v deswegen habe ich gedacht probierst mal v wir sind ein paar leute am chillen die sind nicht am arbeiten finde ich aber nicht cool ich glaube da ist ein uber guhlem ork mischung gedöhnt frau an den kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so erinnern also war der glaube ich nicht so schwer ok der macht aber ordentlich schaden wenn man ein bisschen ausweichen dann ist es ich glaube der ist ein bisschen wütend er braucht noch keinen schritt mehr ok ja hallo ok wir müssen einfach BÄM oh ja du hast mich gar nicht getroffen du Arsch Aua wir müssen einfach mal wissen ob wir das auch blocken können von ihm Aua ok wir sind irgendwie vergiftet oder sowas das ist ja wenn wir die drei drücken hast du ein Gegengift ich glaube fahre ich jedenfalls sehr gut aus ja der kann durch unser Schild schauen ist klar BÄM hinüber mit ihm mal da kurzzeitig irgendeinen Namen oder sowas lesen können ja komm so schwer war das ist nicht äh äh heute nicht Kollege Illidan ne ok 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 ich weiß du ganz schön cool ich meine da Links und Oben diesen Bild seht ihr das der schwarze bildschirm ist nicht ganz ausgefüllt das liegt am spiel was ist mit dem rest einer truppe ich bin enttäuscht von dir du warst verantwortlich für diese männer du solltest endlich lernen auch mal an andere zu denken nicht immer nur an dicht ein prinzessin eilish ist in new brightwater bringen sie sicher zurück zur burg jetzt wir vertrieben sind es wohl schaffen auf ein mädchen aufzupassen dass verschwinde irgendwie ist der scheider bei ihm nicht richtig gut gewesen der hat einmal ein bisschen gebackt aber okay ist nicht schlimm das ist ein altes spiel und es ist toll okay neuer aufdruck ich will das erste schön und wir gucken weil wir uns zu zauber dicks gemacht hat können wir zu zauber dings hieß sehen und sowas wird immer noch gerne sprinten können aber es geht leider nicht ich habe meinen befehl also an die arbeit ich muss die prinzessin finden und sie sicher nach hause bringen er ist in ordnung okay dann würde ich sagen wir begeben uns seit der richtung nach hause zu der prinzessin und sagen der hallöchen genau das so und nicht ohne ist wir sind halt quasi einmal im kreis gelaufen laut spiel so was versteckt mir bitte ist ein ding zu zerstören zu brechen kann ich ruhe ne schade okay ich will da lang wollt ihr etwas tauschen gebt mir eure fälle ich mag ja aber manche Händler bevorzugen schuppige Sachen haltet aus schon nach Hamburgs er mag das raue Gefühl von Schuppen und wird gut zahlen okay was für ein Vergnügen euch zu bedienen ich glaub da ist so ein bisschen schwul angetatscht also ich hab nichts gegen schwule und so aber ja hm 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 sie sind zum verkaufen können wir auch kaufen ja f3 ttttttttttttm High Sirup Kauf mal so oh ist ganz schön teuer ne ich kauf doch nix aber wir können f3 machen zum verkaufen weil der will ja die pelze haben für mega teuer im preis so zack nein warum haben wir nicht mehr 400 werden eben noch gerade 400 haben wir eiter schon gekauft oder so kauf mal fünf stück aber so doch schon gekauft ich habe dachte mit 30 kann man rausgehen aber wir haben jetzt 14 erst mal genug nur sollte man mit klarkommen ich hoffe man nicht dass wir alle brauchen aber besser zu viel zu wenig die langen wege hätten sich echt sparen können erlauben können dass man schneller sprinten kann nur so was aber kann man leider nicht schade bitte warten da der vorgang läuft so was kann ich gar nicht mehr kennt ihr so was noch bei den neuen spielen das ist schon ganz schön classic hier ne bleib mal hier lang kann ich nicht schade huch nun breit wurde hat heute königlichen besuch richtig prinzessin einig von ihm ist hier vor ein paar minuten vorbeigekommen sie hat sich mit ihrer zufrieden irgendwas gestritten also habe ich sie nicht gegrüßt Paul bläum böser also die gerüchte küche meint sie würde bei den sie wohnen kann man nicht verfehlen den hügel runter in die ortsmitte ein großes blaues haus der größte blaue bär ein großen blauen haus hier war auch immer ein speicherpunkt oder komm ich will mich jetzt nicht jedes mal blamieren kann ja mal ein bisschen häuser durch so vielleicht irgendwas tolles drin das ist jetzt mal kann man zerbrechen na jemand da ne okay gut ich zerbreche einfach mal alles mache ich auch mal irgendwo bei leuten fremden leuten ins haus gehe erstmal die vasen zerbrechen und dann gucken ob jemand da ist so macht man das weil der kann man nicht erwischt werden wenn ihr vorher nicht gesehen haben wenn es in der wahl werde ich jetzt kaputt mal können und er hätte mich nicht erwischt weil ich jetzt erst mit ihm rede seid gegrüßt freund schön endlich vor den wesen sicher zu sein die den tempel von chat animo heimsuchen es fing mit ein paar spinnen an aber dann wurde es immer schlimmer es folgte eine noch bösere heimsuchung insektenartige monster die wir akoniten nennen der tempel von mo ist heilig dort verwahren wir heilige artefakte wie den schadani kristall mo felidee überließ ihn zu beginn des gespaltenen zeitalters unserer obhut ist das dorf jetzt verlassen viele weigern sich schadani mo zu verlassen mir wurde das kämpfen zu viel also ging ich auf wiedersehen haja haja Wer seid ihr? Ich bin Kalussara, die unglückliche Partnerin von Kirklin. Okay. Seid ihr alle gemeinsam hierher gereist? Ja, und die Reise war entbehrungsreich. Es gibt Riesenkrebse in der Wildnis, die man nur besiegen kann, wenn man sie von hinten angreift. Wenn man sie nicht von dort angreift, ist man chancenlos. Irgendwoher kenne ich die Stimme. Ich weiß aber nicht, woher. Hm, wenn der Tempel nicht mehr voller übler Kreaturen ist, überlege ich es mir. Wer seid ihr? Ich bin immer noch den Atom. Siehst du? Hast du gecheckt? Mehr Menschen. Oh. Habt ihr ein Problem mit Menschen? Hab nichts gegen Menschen. Auch wenn sie wie verdorbene Milch riechen. Ich lebe nur lieber bei meinen Leuten. Hast du ein Auge verloren? Ach nee, jetzt ist das wieder da. Ich halte ein wenig verärgert. Na, ich wollte Chadanimo auch nie verlassen. Und jetzt wollen die feigen Kaninchen, die mich hierher mitgeschleppt haben, bleiben und die Seeluft genießen. Nichts. Pah. Gut, auf Wiedersehen. Wir wollen weiter. Wir... Wir haben eine Mission. Wir müssten... Das Spiel... Spielen. Gesperrt. Okay, gut. Dann muss ich übrigens nicht durch. Vielleicht schon alles durchgucken, aber irgendwie auch nicht, weil... Kostet alles Zeit. Zeit haben wir nicht. Zeit ist Geld. Geld hat keiner. Das hätte man auch von oben gut zeigen können. Da ist ein Speicherpunkt. Da ist es schön. Dieses kleine Küstendorf hatte früher einen Ruf als Schmuggler... Als Schmuggler-Nest. Aber unter den Herr... Ähm... Hm. 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 Gut. Ich hatte mir zu spät entschieden, vorzulesen und dann wollte ich doch nicht mehr... weil... Jetzt hat der mich abgebrochen und... Wow. Sind ganz zu weit runtergejumpt. Bam. Jo, Schmidi. In Ordnung, Kind. Ich bin Gobbit. Schmied und Lieferant der Reichen und Schön. Jo, Gobbit. Ich halte die Tradition der Sohnenschmiedens am Leben. Ich kann jede eurer Waffen zehnfach besser machen. Meine Qualität ist nicht zu schlagen. Okay, Gubbi. Lass mal meine Waffen verstärken. Oh, wir haben neue Waffen. Oh? Tisch. Geht nicht. Wir haben kein Geld. Aber wartet mal. Wir haben eine neue Waffe. Ausrüsten. Oh, nicer, nicer plus. Ach, hier ist der blöde Typ, der immer einen anschreit. Da darf man nicht rauchen und keinen Alkohol trinken darf. Ist auch richtig. Willkommen bei Kamo. Willkommen bei Kamo. Ich habe im ganzen Universum Geschäfte, Meister. Ich habe einen klaren Vorteil. Ich habe einen anthropomorphischen Navigationsstein. Damit kann ich so leicht durch Zeit und Raum reisen, als würde ich für einen Winter nach Süden ziehen. Das Ding soll eigentlich für irgend so einen spirituellen Klimbim gut sein. Aber ich habe sofort sein finanzielles Potenzial erkannt. Ja. Gut. Verkaufen. Was hast du denn? Hier gibt es wette Waffen. Okay, will ich aber erstmal nicht. Auf Wiedersehen. Ich habe nämlich kein Geld. Ich muss irgendwie erstmal Geld finden. Aber Geld findet man so wenig. Wir kommen jetzt noch ein bisschen in der Stadt um. Er ist gesperrt. Ja, Kollege. Mein Mut sinkt, wenn die dunklen Himmel von neuem Blut vergießen könnten. Mit was für einer Magie verdunkeln sie unsere Sonne. Oh, nice. Gratis Teamspiel holen. Dankeschön. Das ist immer mit einer Aufnahme ist sowas. Sehr, sehr schön. Hier kann man zerstören. Bäm. Okay. Können wir hier mit den Leuten angeln? Aidenzi. Übernachtet jemand aus der königlichen Familie. Hm. Krass. Ich will mal kurz etwas gucken. Wir machen die mal komplett voll. Gucken was dann passiert. Wunderschönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Ich und die Jungs. Wir lieben es ne Leine auszuwerfen. Das ist schön. Angeln ist so grausam. Ja, ich bin mir sicher, dass Fische nichts fühlen. Hier wird viel gejagt und gefischt. Hier lebt jeder vom Land. Deswegen gibt es viel Arbeit bei der Jagd und als Sammler. Manche Leute geben mehr als nur Geld, wenn man ein guter Jäger ist. Oh, was geben denn Frauen? Ähm. Natürlich tauschen die dann irgendwelchen Sachen. Wer ist der beste Angler hier? Hä? Diese Typen wollen Fischer sein? Aber sie sind eigentlich nur Vagabunden. Wir sind Vagabunden. Ihr persönlich kann Fisch... Äh, ich persönlich kann Fisch... Ja, nicht aufstehen. Nicht Fischen. Doch, ihr habt doch echt keine Ahnung, was? Jetzt die Kleine, ja? Äh, äh... Was für Läden gibt es in der Gegend? Wir haben ein paar kleine Geschäfte. Die Schmiede und Kamus Alts wegladen. Außerdem sehe ich vielleicht, wie die Touristeninfo aushören? Ich versuch hier zu angeln. Ich mag den Typen. Der ist so sympathisch. Nee, echt? Bam! Warum ist da so ein mega Antrieb? Können die Dinger fliegen? Was für ein guter Tag zum Angeln. Ich bin Tebor. Ich bin der beste Angler des Dorfes. Okay, Tebor. Hast du auch meinen Tee für mich? Den borg ich mir. Okay, der war mega schlecht. Fisch stinkt. Wenn ihr mich fragt. Oh, wenn ich sowas höre, schwellen mir die Kiemen. Du hast keine. Das haben nur Fische. Und du willst Angler sein? Ist das ein Angelclub? Ja. Wir sind der Anglerverein schlechthin. Aber momentan suchen wir keine neuen Mitglieder. Heutzutage scheint sich sowieso jeder dahergelaufene für den Angler zu halten. Ich wollte auch gerne angeln. Manu. Manu, Manu. Ich wollte auch mal angeln. Was für das? Ach, die Leute haben nur eine mega große Hitbox. Okay. 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 Der Flitz. Übrigens, ich habe den Namen der Stadt schon wieder vergessen. Ich weiß, das ist nicht schlimm. Aber ich will ja eigentlich einen Titel packen. Aber ich weiß nicht, wie der Stadtname heißt. Und jetzt? Und jetzt, Leute? Ich weiß es. Wir speichern, dann sehen wir mich, wie der Stadtname heißt. Und zwar Küste von Eliminar Haskelia. Denke ich. Hoffe ich. Oder so. Auf jeden Fall sagen wir den Teil speichern. Yep. Und mit dieser wunderschönen Aussicht möchte ich euch entlassen für heute. Ihr dürft gerne wieder nach draußen gehen und andere Sachen machen. Ich halte euch nicht länger auf. Aber, falls ihr Lust und Laune habt, würde ich mich darüber freuen. Wenn ihr noch einmal kurz den Daumen hoch drückt und vielleicht einen Kommentar da lasst. Und ja. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Claire Tom. Ciao, ciao und bye, bye. Bye.